Guten Tag, ich habe einen Termin bei Frau Dr. Müller. Guten Tag, ich habe einen Termin bei Frau Dr. Müller. Guten Tag, ja, Sie haben um 11 Uhr einen Termin. Haben Sie bitte Ihre versicherten Karte dabei? Здравствуйте, da, wir sind auf 11.00 Uhr. Haben Sie eine strahliche Karte? Ja, hier ist sie. Da, hier ist sie. Danke. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz, Frau Dr. wird Sie bald aufrufen. Danke. Bitte, bitte in die Karte, der Patient wird bald aufrufen. Patientin wartet im Wartezimmer und wird dann aufgerufen. Die Patientin wartet im Wartezimmer, dann wird sie sie wieder aufrufen. Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Ich habe aber einige Fragen zu meinem Zyklus und zur Verhütung. Ja, natürlich. Erzählen Sie mir bitte etwas mehr. Patientin erzählt von Ihren Beschwerden. Gut, ich werde Sie untersuchen und auch ein paar Tests durchführen. Gut, ich werde Sie untersuchen und auch ein paar Tests durchführen. Dann können wir besprechen, welche Verhütungsmethoden für Sie am besten geeignet sind. Patientin wird untersucht. Also, Ihre Untersuchungsergebnisse sind im Großen und Ganzen gut. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir verbessern können. Итак, Resultate Ihrer Analyse in целem хорошие. Aber es gibt einige Dinge, die wir verbessern können. Wollen Sie über Verhütungsmethoden sprechen? Wollen Sie über Verhütungsmethoden sprechen? Ja, gerne. Okay, es gibt verschiedene Methoden, wie die Pille, das Hormonstäbchen, das Verhütungspflaster oder auch Kondome. Welche Methode bevorzugen Sie? Welche Methode bevorzugen Sie? Ich denke, ich würde gerne die Pille ausprobieren. Ich denke, ich würde gerne die Pille ausprobieren. Gut, dann werde ich Ihnen ein Rezept ausstellen. Gut, dann werde ich Ihnen ein Rezept ausstellen. Guto, dann bitte. Haben Sie auch noch andere Fragen? UT. UF. Sie alle noch irgendwelche Fragen nicht? Nein, das war alles. Nein, das war alles. Danke, Frau Doktor. Danke, Doktor. Gerne. Machen Sie sich keine Sorgen, ich stehe Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Ich bin froh, ich bin froh, ich werde gerne auf alle Fragen, ich werde gerne auf alle Fragen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020